Hallo zusammen, wir sind hier beim ADAC Digital Cup in der Amateurwertung. Wir sind heute hier vom MSC Wahlscheid. Das ist die erste Veranstaltung in diesem Jahr. Das ist der Winter Cup 2018, 2019 und heute fahren wir hier Imola. Das Ziel für heute ist erste Erfahrungen zu sammeln und uns in der Meisterschaft zu etablieren und vom Resultat her, denke ich mal, sind wir im guten Mittelfeld. Der MSC Bingen zusammen mit Odenkirchen und der MSC Wahlscheid, die haben hier gerade so einen kleinen Dreikampf gestartet. Ja, das letzte Teamrennen lief für uns sehr gut, obwohl wir in den Startcrash kurz verwickelt waren, konnten wir uns zum Schluss bis auf Platz 6 vorarbeiten und haben auch heute in der Gesamtwertung insgesamt schon den sechsten Platz erreicht. Also super voraussetzlich für nächstes Mal. Bleibt dran! Musik Musik Musik